so bin online ich bin jetzt auch wartet leute oh mein gott so nie also wir sind jetzt auch so live leute und ja wer macht jetzt die begrüßung in ProBlockstorce soll ich es machen ja wo bist du ja ich glaube hier hinten gerade bei dieser Laterne rum wo der eine du läufst nicht rum du springst da rum und das ist jetzt mein Platz ö sauber nö Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblockstorce und zwar wie ihr seht mein Papa der sitzt halt gerade schön auf dem Stuhl äh bist du faul oder was ich chille mein Leben nennt man das heute bin ich Kart gefahren du meinst Go Kart ja so was ist denn jetzt hier so ähm ja ich habe schon was vorbereitet und zwar du kannst gerne mal meinen Stream schauen Papa möchtest du mal reinschauen äh warte ich mach ne mal an es wird trotzdem vielleicht lustig unter anderem es wird eventuell es wird Lichter auskommen alles mögliche was es nur in den Doors gibt wird eventuell kommen äh mal werden gute Sachen kommen mal werden schlechte Sachen kommen weil wir haben aktiviert Chaos 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 ja äh Eishilp ok ähm das haben wir aktiviert anschließend haben wir auch noch aktiviert Out of Stuff haben wir aktiviert ähm äh Going Fishing Song Dings da das lass ich jetzt nicht aktiviert äh das lassen wir aus weil das ist wahrscheinlich mit Licht da also da werden die Sachen sonst nicht angezeigt ähm das haben wir raus die Fallen Rallye Bad Time haben wir auch raus Rush Hower haben wir I'm running here Warning Nummer I'm everyday Every Day oder wie auch immer das heißt Nose haben wir an Rennst du Ah und Arre Those Pancakes das haben wir aktiviert Ich geh jetzt mal auf Maximalspieler 2 Ähm 150 Muni feiern mit Front Only und wir starten mal mit 12 Muni feiern ja wir starten mal rein Leute viel Spaß so wir sind jetzt drin und wir haben Chaos Chaos aktiviert Ach Gott Ach Gott ich 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 fürchte Schlimmes ich geb uns keine 3 Räume dann sind wir tot aber ne ich bin letztens bis 30 mit Chaos gekommen ja aber mit so vielen Muni feiern ja ok also hast du genau die also es kann sein dass wir gute Sachen haben es kann sein dass wir schlechte Sachen haben ja aber ich dachte das hättest du was denn das wüsstest du dann was wir haben ne weil das wird jetzt random ausgesucht bei Chaos ja aber die anderen Sachen hast du doch noch da drunter ja die haben noch da drunter die bleiben ohje also wenn wir Raum 50 schaffen dann ist schon ich glaub du hast das Spiel wieder kaputt gemacht ach ne ich fürchte er hat das Spiel kaputt gemacht ach komm schon raus ne ja bleibt ja nichts anderes übrig wenn du das Spiel wieder kaputt machst mit deinen Modifiern dann was können wir denn da machen Spielput ja mach doch einfach mal mach doch einfach mal an weil es so lustig ist warte dann können wir auch gleich warte 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 wir müssen aber Chaos machen so na stopp mal warte mal Chaos Chaos machen wir mal dann machen wir ähm ähm payday payday out of stuff aber aber nicht soundpulling oder so nein 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 das definitiv nicht wir wissen jetzt was es ist das ist mit den Lichter anzeigen ja und weißt du nicht welche Tür ja last breath really bad time nehmen wir really bad time ich würde dir das nicht empfehlen ach so ich würde really bad time dir nicht empfehlen da ist äh Pitcher schlimmer nicht dass ich da Robux ausgeben muss für ne 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 du auch wenn ich paar mal kaufen könnte aber dann ist es halt meine Robux für einmal ne ja really bad time oh Gott und ja man werde ich mal Robux ausgeben das das werdet ihr dann sehen wie das dann funktioniert aber jetzt war ich erstmal auch wenn ich tausendmal keine auch egal ähm ich versuche halt immer mein bestes so warte mal ich hab ne Idee oh nein nicht oh mein Gott was was welche Idee wir nehmen mal Lichter aus äh Lichter out ähm warum warum ich hab da ich hab da so ne kleine Idee äh irgendwelche kann ich hier die wirst du nachher sehen meine Kamera die ist äh bedeckt mein Gesicht äh die muss bisschen weiter nach unten hier Leute sonst ist mein Gesicht nicht drauf das ist das Problem mal reinste height will attack as fast as possible as possible impossible das hier ist ein Mörder na 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 und wrong number ok also pass auf wir haben jetzt Chaos Chaos an dann haben wir Lichter aus an alco blenios und payday ok ja auf stuff lock it and load it last breath ok wrong number ok und all those pancakes ok das sind jetzt nur 8 Modifier schauen wir mal ok ein paar weniger genau das kann wahrscheinlich sein vielleicht sind jetzt deine bei dir sind ein paar weniger bei mir nicht ein paar mehr und falls müssen wir das kombinieren mit meint was wir letztens auch mal gemacht haben und leute gestern gestern was ultra krank was wir gestern lebt haben wir haben auf experte einfach geschafft da also ich war so stolz dass ich das geschafft habe leute einfach auf experte und oh mein gott ich konnte echt nicht mehr ich war echt fertig hatte ich noch nie geschafft ne ja dann musst du nur erzählen was als experte ja aber musikball und roblox hier dieses eine lieb da was wir gestern angespielt habt ihr könnt ihr immer 14 tage also dieses lied könnte 14 tage auf twitch anhören dann könnt ihr die leider nicht mehr auf twitch anhören aber das ist erst mal zwei 54 minuten das video und da habe ich das echt abgeruch und ja das könnt ihr euch dann gerne anschauen das video von gestern so und vielleicht kommt das auch auf youtube raus wer weiß vielleicht vielleicht kommen wir mal ja vielleicht kommen wir mal irgendwann aus dem fahrstuhl raus ich glaube du hast das spiel gerade zerstört noch mal rein ja ich weiß jetzt was ich hatte ja bist du schon wieder drin ja mein irgendwann wenn ich probux genug dafür habe dann werde ich eine gruppe erstellen als statt wieder hunderttausend anfragen anzunehmen weil das hat sich schon mal und ich hatte mal wie viele anfragen hatte ich mal angenommen auf blog weiß ich nicht irgendwas immer 100 oder über 300 keine ahnung deswegen ist das dann besser eine gruppe dann rein zu kommen und dann kann man mir auch immer nachschauen wenn ich das anhabe in meinem stream aber erst wenn wir viele zuschauer haben in meinem stream und wenn ich das die kohle dafür habe wenn du roblox weil sonst wird das erstmal nicht weil mit so drei mit also mit so 3 4 5 lohnt sich das noch nicht wir müssen schon so und so zirka komplex denn 20 16 16 20 leute müssen da sein am 1 ihm da kann ich das machen aber ich brauche halt wie gesagt erst mal die kohle eigentlich hätte ich die kohle aber ich gibt es noch nicht aus deswegen ja du hast das spiel wieder kaputtgemacht ich habe keinen ton wartestopp hä oh nein wir haben wettflur was war das denn jetzt ja toll alter wie dunkel ist es da schafft man aber nicht doch 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 wir geben uns jetzt alle mühe aber die zusammensetzung ist scheiße aber du verlierst kein leben das ist gut was hast du aktiviert das ist kein leben verliert weiß ich nicht aber egal 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 wir würden immer zusammen bleiben ja warte ich finde hier nicht mal einen schrank er kommt nicht ach das sind diese ich sehe ich sehe nichts was hast du gemacht alles dunkel ich sehe nichts wo ich hinlaube und auch ich hin glaubst du bei bei fixture ist es auch dunkel ja ach gott hast du schöne schlüssel ja 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 da muss man ja ich habe ihn ach das war der zweite nicht warte warte auf mich ja ich sehe nichts das leuchtet das leuchtet das leuchtet ja ja ich weiß weil ich das angemacht habe so dann öffne ich bleibe hier das ja ja und ein er kommt rei was ey es ist nicht ach ne komm wer kommt jetzt was ist mit falschen türen äh ist an glaube ich oh halt ich komme nicht durch ah ö ö ö o k o k vielleicht lassen wir das mit den lichtern sein aber ich habe auch keinen sound gehört oder komm wir gehen nochmal in die lobby also ich habe auch das macht aber chaos chaos macht das das macht chaos ach stimmt das ja ok das hat chaos ausgemacht ähm warte machen wir was ne kein chaos vielleicht können wir das mit drei doch wir brauchen chaos nein das sind fünf modify oh gott das sind fünf modifiers ne pass mal auf wir machen mal wir probieren wirklich mal was aus jetzt wir machen lichter aus ok machen lichter aus hey ruhe dann machen wir es äh payday dann machen wir out of stuff water bun da sei ruhig dann machen wir da sei ruhig dann machen wir hier erstmal locket und loaded dann nehmen wir nowhere to hide rein dann das last breath rush shower und i'm running here oder obwohl ne nehmen wir erstmal nur rush shower dann nehmen wir die wrong number jetzt brauchen wir noch 40 stück dann nehmen wir dann nehmen wir dann nehmen wir dann nehmen wir mal rein ins du rein dann nehmen wir pancakes rein so jetzt brauchen wir nur noch 15 punkte 15 punkte ich entspanne mich ich entspanne mich gute nacht ja also was dann nehmen wir really bad time rein oder more often dann nehmen wir jetzt aber noch ein 5er raus und noch ein 5er einen richtigen 5er haben wir nicht außer wrong number dann probieren wir das so Ok. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Moin, Moin, Moin. Aber die Lichter sind nach wie vor aus. Ich hab sieben Leute. Wie nimm das jetzt? Wie hab ich jetzt sieben Leute? Egal. So. Versuchen wir mal jetzt. Super, jetzt sind die Lichter aus. Aber wir sind schnell. Ja. Das stimmt. So. Ok, Leben können wir nicht verlieren, das ist schon mal gut. Den hab ich extra so eingestellt. Warte. Hallo, Aua. Ja. Ja. Aber wenn Rast kommt, dann hier. Hier. Ich seh dich nicht. Achtung. Oh Gott. So. So. Äh. Schlüssel? Ach, warum hast du Licht ausgestellt? Oh mein Gott. Ich wär fast reingetreten. Er kommt nicht. Äh. Welche Tür? Warte. Rein. Ich bin tot. Ich hatte keinen Schrank. Ich hatte keinen Schrank. Tipp, 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 tipp. Wo bist du? Da, bei dir war ich. Da, bei dir war ich. Aber hier war ich krank. Ja, aber ich hab nichts gesehen. Oh nein, jetzt bin ich in der Lobby. Oh mein Gott. Jetzt bin ich in der Lobby. Äh, ja. So. Jetzt bin ich leider in die Lobby gegangen. Mist. Muss gleich auch nochmal in die Lobby. So, der Ring verzögert sich gerade, Leute. Es ist schwer. Was war das für ein Sound? Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare. Was war das für ein Sound? Ich hab gerade irgendwas mit einem Sound gehört. Was war das für ein Sound? Weiß ich nicht. Okay. Nur leider kann ich es noch nicht sehen. Also, wir müssten das mal so. Also, wir müssten das mal zu Hause einstellen. Damit ich das auch mal sehe, was das für ein Sound ist oder was auch immer. Damit ich auch weiß, was das ist, ne? Müssten wir mal einstellen, ne? Äh, watch, watch time. Watch time. Weiß time. Weiß time. Weiß time. Weiß time. Zack. Ähm, du musst wieder in der Lobby. Bist du auch tot? Ja, bin ich. Und in der Lobby? Bist du auch? Nein. Ach so, doch, ja. Ich guck schon mal direkt nach den nächsten. Okay. Guck mal nach. Okay, weiter. Nächster Versuch. Okay, danke mal. Nächster passen. 100.000 Mal. Ähm, habe nur geschaut. Das hast du noch nicht alles gut. Okay. Ich bin in Lurk. Lurk, Lurk. Lurk? Was heißt das nochmal, Papa? Lurk heißt, er schaut sich das stumm an und macht nebenbei noch was anderes. Okay. Aber das ist so ein bisschen Promotion für dich. Lurk. Gut. So. Damit ich das auch alles zum Lernen bekommen, was das ist. Weil ich lerne ja auch noch dazu. So. Genau. Wollen wir mal weitermachen. Wirds wird heavy. Genau. Äh, was? Stopp, warte. Auf Twitch spricht man von Lurk. Und dann alles kommt. Die stillen Zuschauer, alles. Und in keiner Weise runter. Ah! Okay. So. Da wollen wir ja mal weiter. Äh, hier ist das Dachen. Hilfe von Land. Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe rein nichts. Ähm. Aber ich habe mehr Licht da an, ne? Okay. Und wir brauchen leider für jeden Raum Schlüssel. Mist. Ähm, ja. Schlüssel, Schlüssel. Boah. Ich sehe nichts. Achso, ja. Äh. Warte mal. Stopp mal. Äh. Wo bist du? Da. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Gut. Drei. Stopp. Schrank. Ich habe keinen. Drei. Raus. Ein Brasch. Ich. Huch. Alter. Raus. Raus. Alter. Raus. Raus. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ja. Warte, ich lese sofort. Ich lese sofort. Oh Gott. Jesus Maria. Lebst du noch? Und dein YouTube Kanal hast du. Und dein YouTube Kanal hast du Abo mehr da gelassen. Ja. So. Hi. Hey. Hat auch einen. Ja. Guten Tag. So. Wie geht's? Wie steht's? So. Wo bist du jetzt? So. Äh. Gut. Zum Glück leuchtet das hier. Sei ruhig. Vier. Haben ihn. Fünf. Als nächstes. Oh Gott. Alles mit der Zeit. Wir brauchen echt Ruhe. Stopp. Was ist Stopp? Sofort einen Schrank suchen immer. Okay. Okay. Sechs. Kommt du jetzt? Weiß ich nicht. Ah, warte. Ich sehe nichts. Wo bist du? Wir brauchen Schlüssel. Wo bist du? Ja, wir brauchen Schlüssel. Hab ne. Bleib an der Tür. Bleib an der Tür. So, ich mach auf. Ja, ja, ja. Im Schrank. Ja, gut. Schrank. Schrank. Ja, eh. Hier gibt's keinen Schrank. Hier gibt's nur Weg nach unten. Äh. Ich sehe nichts. Wieder? Alles klar. Läuft. So. Okay, warte. Sieben. Ach, hättest du gesagt, dass das so eine Tür ist. Da sind wir ja auch safe. Ja, warte. Ich hab ne schon. Achso. Ich sehe nichts. So, du bleibst hier unten. Du bleibst hier unten. Ja. Naja. Sag, wann er nicht kommt. So. Hast du ja Schlüssel hier? Ne, ne? Schlüssel? Ja. Ne, ich hab ne. Ich hab ne. Uh, jetzt muss ich heute mal die 8. Wie man immer Schlüssel suchen muss. Unden. Oh. Hi, Frieda. Tschüss. Willst du dich umbringen lassen? Also, wenn du einen Todeswunsch hast, dann gehst du demnächst nach oben, wenn ich sage, bleib unten. Ne, ne, ne. Besser nicht. Besser nicht. Warte. Acht. Hier ist ein Schrank. Ja. Acht. Stopp. Hier ist auch noch ein Schrank. Zwei sogar. Stopp erst. Ey, ich fühl mich schon wie ne 290 Leute. Ja. So müssen wir das durchziehen jetzt. Okay. Aha. Aber auch nicht so durchziehen. Zum Glück verlierst du da durch dein Leben. 10. Kommt als nächstes. Haben wir hier einen Schrank? Ne, haben wir nicht. Also, wir müssen gleich gucken. Du bleibst an der rechten Wand, ich an der linken. Ich, äh, wo ist rechts? Ach, da. So, so. Okay, safe. Oh, weißt du das? Welcher Raum? Das war jetzt 10. Oh, Leute, welcher Raum war das? 10. Müssen wir jetzt in die 10? Nein, 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 nein. Ne, 10 nicht. Nein, 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 nein. Ich meine 11. Ja, ich auch. Ja, 10 haben wir sogar, 10 haben wir sogar zweimal. Hier ist die 11. Genau. Eins passiert. Oh, Eis. Nach unten. Hier ist er. Oh nein, das ist so ein Raum. Hier mal auf die andere Seite gucken. Ja, genau. Sobald wir Schlüssel haben, weiter. Ja, das hört man ja, ne? Ja. Oh Gott, ich seh nichts. Sind uns weg die... Oh nein! Ist du tot? Ich bin tot. Wie denn das? Eis darfst du nicht einmal anschauen. Komm, versuch's. Ich lot's dich durch. Alter Schwede. Einmal angeschaut und kaputt. Kacke, Mann. Fein. Ähm, ich seh nichts. Leute, ich seh rein... Uah! Ha, 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 ha. Nichts. Der muss auf deiner Seite sein. Ja, sorry, ich bin nicht so weit gekommen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er. Ah, ja. Verzeihung wird's angeleuchtet. Oh mein Gott. Ich seh nichts. Immer nahe. So. Äh, pack. In den Raum. In den Raum verstecken. In den Raum verstecken. Okay. Rally-Bad-Time. Ja, ja, ja. Wir haben mit Sicherheit hier Rally-Bad-Time. Wir haben alle drei davon drin, ne? Ja, genau. So. Oh. Tot? Das ist doch auch ein ganz... Ne. Das ist doch ein ganz mieses Versteck, Leute. Guck mal. Ja. Der ist hier in der Ecke. Hier, wo ich stehe. Ja, und jetzt könntest du weitermachen, sonst bist du tot. 13. Warte in dem Raum kurz. Ja, äh, deswegen Rally-Bad-Time. Äh, ihr habt bald... Was? Hier? Ihr habt Bad-Time. Genau. So, Bad-Time. Das ist echt schwer. Haben wir echt nur Bad-Time drin? Ja, wir haben Bad-Time. Aber wenn nicht Rally-Bad-Time drin? Wir haben Rally-Bad-Time. Wir haben Rally-Bad-Time. Ja, meine ich nämlich auch. Ja, ja, ja. Hier steht's. Rally-Bad-Time. Meine Maul könnt ihr jetzt nicht sehen. Oh Gott. Wie bin ich jetzt im Schrank reingeladen? Jetzt kannst du... Jetzt kannst du gehen. 13. Guck nach dem Schrank erstmal. Ah ne, du kannst unten nach unten. Safe Zone? Ja. So. Äh. 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 Autsch. Mal gucken, ob wir das weit kriegen. Ja. Na klar. Mal ja auch ab und zu immer auf den Chat gucken. Das ist zwar schwer, aber geht. Ich lasse mir Zeit. Das ist auch das Wichtigste. Weil wenn du... Wenn einer das durchschafft, ist das richtig gut. Ja. Mit den 150 plus Modifiers. Genau. 150. Wie willst du das für 150 schaffen? Mit Robux wär ich jetzt schon längst am Ziel. Ja, von wegen du? Eigentlich ja. Eigentlich. Ähm. Wir sind von da gekommen, bisschen nach hier. Ja. Du läufst wieder nach unten, klar? Okay. Umdrehen und dann direkt nach unten. Warte. Ich warte. Oh mein Gott. Ich hab ja Zeit. Okay, er kommt nicht weiter. Er kommt nicht. Gut. Dann geh ich mal los. Na unten gucken. Ja. Wer, du guckst rein. Ich kenn der. Ja. Guck mal wo er ist. Ja. Aber geh weiter. Sonst bist du gleich. Ja. Hab ich ja noch nie gesehen. Im Boden, Leute. Ist der. Im Boden. Schlüssel nicht vergessen. Ah. Ist hier ein Schrank? Ne, ist keiner. Dieser miesen Schrank. Ne, da nicht. Hinter dir. Ist der. Hinter mir ist der. sehr schön. Oh. Ich seh nichts. Auf der anderen Seite des Raumes. Ey. Das kann nicht gehen. Du musst ja auch vorwärts laufen. Nicht zurück. Vorwärts laufen. Ja, ich bin die Spinne. Links. Mein Gott. Da hab ihn. Du musst direkt weiter und den Schrank suchen. Schrank suchen. Rechts ist einer. Oder so. Oder? Ja. Und der kommt. Der kommt da. Gut. 15. Warte. Der kann ja noch mal kommen. Das ist miese. Der kann jedes mal noch mal kommen. Das kann auch sein. Ja. 16. Ich war noch nie so weit. Schlüssel, ne? Ja. Und du hast hier ganz viele Türen. Hab. Oh. Okay. Direkt in die 17. Direkt in die 17. Ja. Und. Einen Schrank. Woher weißt du das? Er hört doch nicht. Nein. Du. Also. Immer wenn du versteckt Möglichkeiten hast. Kurz warten. Leute. Ja. 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 kurz vom Schrank warten. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Die 17. Ja. Ja. Alle. Ja. Ja. Ich bin nicht blöd. Ähm, Leute. Ah, hier. Stimmt, ja. Ah, hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da aber, auf dem Bett. Auf dem Bett liegt er rum. Auf dem Bett. So, 19. Du gehst wieder zurück. Ja. Okay, kannst du weiter. Ich höre Eis. Ja. Also, 19. Oh, scheiße. Ach, das ist doch so was. Gut aufpassen hier. Ja. Ich habe den Schlüssel. Schöne unten gucken. Der hängt beschießen. Gut. Schrank suchen. Oder Bett. Hör nichts. Warten. Doch. Und raus. Sehr gut. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ich kriege hier gerade mehr. Oh mein Gott. Schlüssel. 21. Also, hier hinter bist du auch sicher übrigens. Ja. Ich renne wieder zurück, oder? Ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Schrank. Warten. Spinne. Nicht. Ah, doch. Ich habe es gerade gefunden. Okay, weiter. Gut. Komm mal, Teamwork. Also, wenn einer stirbt, ist es nicht so schlimm. Ich war noch nie so weit im Dunkeln. Ja, du musst hier jetzt alleine leider nach dem Schlüssel suchen. Wo kann ich dir nicht helfen? Aber zum Glück hast du ein bisschen Ruhe in diesem Raum gerade. Ja. Ich sehe nichts. Achte hier nur auf Screechy. Wir kriegen keinen Schaden vom Stachel. Ne. Und was ist, wenn ich gleich Sieg überleben? Also, nicht überleben. Ja, weiß ich nicht. Ja, dann ist Scheiße gelaufen. Aber Sieg müsste normal sein. Ich bin ganz hinten durchgegangen. Na gut, egal. Ja, da läuft es. Ich bin ganz hinten durchgegangen. Ähm. So. Auf jeden Fall sehe ich jetzt. Wo ist dieser Schlüssel? Ich muss ihn doch jetzt sehen. Ja, normal schon. Ich sehe auch nichts blinken. Ich glaube, hier durch. Ne. Ne. Hier durch. Ah. So. Sack. Perfekt. Perfekt. Dann können wir weitergehen. Glückwunsch. Zurück. Ist sicher, ist sicher, Leute. Sicher, ist sicher. Das, dieser Zaun hört sich so an, als wäre das jetzt ein Schiffsprag. Ein altes. Okay, weiter. Oh. So. Die nächste, aber ich muss gucken, ob ich hier einen Schrank finde. Ja. Deswegen gehe ich jetzt auch hier so. Kein Schrank, kein Schrank, kein Schrank, kein Schrank. Äh. Äh. Da rein? Hier ist kein Schrank. Das heißt, ich muss hier rein. Ja. Das heißt, ich muss hier rein. Äh. Ist hier irgendwo ein Bett? Ich, also hier. Hier rein gerannt und dann hier. Und schnell. Wenn er hier nicht kommt, dann der nächste. Auf jeden Fall. Ja. Okay, ein weiter. Schon die 24. Schrank suchen. Ah, nee. Du musst basteln. Hier gibt's keinen Schrank. Nee. Okay, falsch. Äh. Äh. Da passt. Passt. Dann das tausche ich mit das. Mit das um. Und das das. Schlüssel. Hier ist kein Schrank. Ist hinter dir. Hinter dir. Äh? Ach so. Umdrehen rechts. Ja, da. Also so bist du auch immer etwas länger. Jetzt, jetzt Ruhe. Jetzt direkt Schrank suchen. Bleib hier. Er kommt. Immer Ruhe bewahren. Rein. Rein. Ich bin immer so nervös. Gott. Und du machst es auf letzte Sekunde. Ja, ich mach es immer auf letzte Sekunde. Ich finde, kann mir gar nichts. Ja. Runter. Hab ihn. Hast rein. Und schau. Direkt. Direkt nach unten wieder. Da so war ich in Räumen. Also irgendwie, wenn du tot bist, habe ich ein gutes Teamwork. 27. Gleich muss doch Ding uns kommen. Der K regt mich hier nicht. Auch wenn er mal kommt. Gleich muss die kommen. Also bei mir ist gerade mein Stream fast unterbrochen. Also bei meinem Laptop. Ja, weil der Laptop ein bisschen älter ist. Ja. Hier klicken und wieder, ne? Ja. Kennst du ja. Hier klicken und wieder. Da hat man auch ein bisschen Erholung. Stopp. Stopp. 7, 27. Okay, weiter. Schrank suchen. Schrank suchen und keine Stacheln suchen. Wir können uns da drauf einigen, Leute. Schrank und keine Stacheln suchen. Weiter Schrank suchen. Hier. Hier bleiben. Ich sterbe aber fast im Schrank. Ja, ich weiß. Das ist schon angestellt. Die ist eine kaputte Tür. Ich glaube, die wurde schon länger nicht mehr benutzt. Nee, die nicht. Du musst eine andere benutzen. Die gibt's keine, oder? Doch, den schmalen Ritz in der Tür. Hand. Ja, ist ja. Lass sie ihren Schrank. Nee, 29. Ich lauf zurück. Nee, ganz weiter. Aber welche Tür? 29 war das, die 30 gleich. Die 30, die 30, ich sehe nichts. Ja, jetzt musst du erst mal einen Schlüssel suchen. Ja, diesen Raum, da werde ich wohl sehr Spaß haben. Ja. Oh, ich hasse welche Räume. Findest du ja auch keine Items? Nein, 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 nein. Das heißt, ich habe keinen Schaden, ne, ne, von der Spinner. Ja. Die 33. Ist die falsche. Ich sehe nichts. Leerer Raum. Ich kann nichts sehen. Leerer Raum. Oh mein Gott. Ich sehe definitiv null. Ach, komm. Mann. Echt. Junge. Äh. Back, 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 Back. Heißt zurück. Äh, hier läutet auch irgendwas. Da. Yes. So, und ist die 30 suchen. Die ist wahrscheinlich hier oben. Stopp, lass mich trotzdem erst durchschauen. Yep. Essen nach. Ja. Und direkt zurück. Zurück. Bett. Oder Schrank. Hier kommen wir nicht durch. Ich komme hier nicht. Okay, weiter. Nein, die Spinner. Wo ist die? Das war sowas von knapp. Gut. Die Spinner hätte mich fast erwischt. Weiter. Also, das war jetzt die 30. Zwei Stacheln. Oh Gott. Ja, nur 30. Schrank suchen. Bleiben. Ich bin direkt den ersten. Ja, er kommt. Nein. Nein, äh. Spinner, XD, das Schreck. Das Schreck. Das X. Was? Screech. Achso, Screech. Stimmt. Ja, Screech ist ja irgendwie eine erweiterte Spinner von Timothy. Genau, ja. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Oder das XD soll eigentlich ein Smiley sein. Ah, okay. 32. Weiter. Ja, ich lerne immer wieder was dazu, ne? Ist ja auch wichtig so. Ja, toll. Ey, jetzt stecke ich hier in der Wand. Vielen Dank dafür. Ähm, ja. Vielen Dank dafür. Hinter dem muss eine Tür sein. Da irgendwo drin. Oder ne, da ist der auf dem Schrank. Andere Seite. Halt. Nicht zurück. Zurück, zurück. Umdrehen. Da, glaube ich. Nein, umdrehen. Hinter dir. Wie? Da. Nein, in andere Richtung. Links. Jetzt geradeaus. Jetzt geradeaus. Jetzt rechts. Da ist der. So. Welche Tür? 33. Und dann direkt den Schrank suchen. Ah, 30. Oh nein. Schrank suchen. Und Geduld haben. Aber dass Augen sind. Späne. Ja, komm. Rein. Füß. Gut. Und weiter geht's. Jetzt kommt, oh mein Gott. Ich will gleich mal zieh. 34. Weiter. Oder? Da unten, genau. Ich kann nicht mehr. Alter. Du hast auch nie gesehen, dass ich so weit aushalte, denn so dunkel. Es ist einfach dunkel, ne? Ja. Ich seh nichts. Ich werde da durchgegangen, durch den Schrank. Sofort nach unten, ne? Ja, sofort nach unten. Welche Tür ist das jetzt? Die 35, dann. Irgendwie macht... Manchmal macht das random. Ja, aber auch nicht. Hab Geduld. Ich habe Geduld. Auch wenn es eine Million Jahre dauert. Ich habe Geduld heute mal. Okay, kann's gehen. So. Rechtsrum. Schlüssel haben wir schon eingeladen. 36, ja. Hier ist kein Schlüssel. Also manchmal hat man auch so random, so rasch hin- und hersausen. Ne? Ja, aber das ist selten. Das ist sehr selten eigentlich. Ne. Ja, sicher. Also ich hatte das erst zweimal. Ich höre, ich höre, ich höre sehr, ähm, also ich höre immer rasch sausen hier, aber äh, das ist sehr weit weg. Der saust irgendwo rum. So, jetzt konzentrier dich weiter. Das ist ein Marathon heute. Marathon, Marathon, Marathon. Wenn gleich zieht kommt, ne? Es ist ein Marathon. Weil was ist, wenn es da auch dunkel ist? Dann hast du ein Problem, aber was der Vorteil ist, die ganzen Sachen leuchten. Ja. Okay, der Schlüssel muss irgendwo hier sein. Hier drin, oder? Ja. Fabian. Da kannst du jetzt auch wieder zurück. Ähm, das, das sehr häufig wegen Rallybar-Teilen, genau. Ja. Umdrehen. Genau, du hast genau gesagt, umdrehen und, äh, da war die Spinne wieder vor mir. Fried, stark. So. Ne? Genau, perfekt, umdrehen und... Ja. Umdrehen und... Jack, Jack der Killer wer, dann hab ich ein Problem. Und Paul, ich sag dir, Jack der Killer kann in dem Spiel wirklich auch auftauchen. Guck jetzt, ja, guck jetzt mal nach dem Schrank. So. Da ist einer. Oh. Äh. Da, nicht. Du musst zurück. So, gehen weiter zurück. Weiter zurück, da ist nämlich einer, da. Ja. Klar? Ja, da musst du gleich rein. Also so zurückbrennen jetzt, ne? Ja, ja. Schnell. Spinner. Okay, weiter. Weiter. Ich hab dich denn schon Schiss. Oh, ne. So, jetzt kommt Sieg. Du musst auf die Stacheln aufpassen. Du musst auf die Stacheln und auf Screech aufpassen. Und ansonsten, hey, die Türen laufen so wie sonst auch. Hallo. Du wirst mich eh kriegen. Da seh ich schon kommen. Ich kann jetzt nicht gucken, Leute, auf den Chat. Man sieht das nicht, dass die leuchten. Doch, leicht. Ganz leicht. Nein, sieht man nicht. Oh Gott, die Schafe ist nicht. Weiter laufen, weiter laufen. Yes. Also, ich hab's gesehen von außen. Ich hab's gesehen von außen. Ich nicht. War's so dunkel? Ja. Ich hab's bei dir nicht drauf gehabt, okay? Übrigens, deine... Deine... Na, vergiss es. Was ist deine? Nee, nix. Passt schon. Passt schon. Was passt schon? Deine Webcam. Du darfst nicht aufstehen, sonst ist dein Kopf nur noch halbiert. So? Besser? So. Dann... Ja. Geh mal weiter. Wohin lang? Das gibt's hier... Stopp. Ich kann durchgucken. Hier und hier. Erstmal finde den Schlüssel. Und das ist sogar die richtige. Finde Dori. Ja, genau. Hier ist auch noch ein kürzerer. Schrank. Einfach. Nicht zugehört. Du gehst wieder zum Weitentfernten. Bleiben. Ähm, wie lange spielt... Roblox? Also, wie lange spiel ich Roblox? Also, wir haben so vorgesplant bis 15 Uhr irgendwas, oder? Nein, ich glaube, mangt generell. Achso, okay. Generell, äh... Also, heute Abend kommt kein Stream. Das kann ich euch schon mal sagen, weil da fahr ich daheim. Und, ähm... Ja, deswegen ist das jetzt erstmal das letzte Stream. Und dann kommt vielleicht morgen schon mein Stream. Wieder. Auch abends. Aber morgen... Morgens weiß ich noch nicht. Also, ganz genau weiß ich's noch nicht morgen. So, machst du weiter? 44... Das war hier, oder? Ja. Ja. Schlüssel. Rechts. Du bist vorbeigelaufen. Ja, hab ich gemerkt. Äh... Gut, da. Ja, du brauchst einen Schrank. Habe einen? Wir sind gleich bei 49. Psst. Okay, weiter. Oh mein Gott. Haben wir Chaos, 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 dann? Nein, 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 nein. Wir haben hier aus. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, hättest Chaos, 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 dann... Psst. Nach unten. Andere Richtung nach unten. Ja. Und gleich wieder Tür aufmachen, und dann wieder nach unten. Oh. Machen wir Tür aufmachen, ne? Ja. Autsch. Ich glaub schon, irgendwo ich mal gehen. Also, man läuft hier öfters auch gegen Sachen. Wenn man nicht auf... Also, im Dunkeln zumindest. Ähm... Ach, Mann. So. Ich glaub, hier kommt kein Spinner. Ich schau mich noch mal um. Ich glaub, jetzt nicht. Wenn, mach's erst. Oh. Wo ist der Schlüssel denn? Äh... Was war? Im Schrank irgendwo da vorne. Oh mein Gott. Diesmal ganz woanders. Jetzt wieder nach unten, ne? Denk dran. Noch drei Türen. Jetzt kommt der Safe. Ja. Weiter zurück. Ja, ich würd immer da reingehen. Kein Risiko mehr eingehen, klar. Kein Risiko mehr eingehen. Spinne! Wo? Weiß nicht, ich hab'n Pssst gehört. Ich auch. Okay, dann weiter. Gucken wir mal die Tür an, welche Tür du jetzt hast. Das war ich 64. 46. Hier ist sogar ein Schrank wieder. Ja, hier sind noch mehr Schränke. Also das heißt, notfalls in dir entschreuen. Ja, ja. Hier hast du genug Schränke. Jetzt brauch' ich aber nur noch den Schlüssel. So. Genau. Danke, ist ja gut, aber ich brauch halt den Schlüssel, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ähm, hat dein Vater mich angezeigt? Ach, guck mal, das ist dieser Vollpfosten. Der hat tatsächlich einen anderen, ähm, einen anderen Account wieder gemacht. Ja. So. Tja, dann wollen wir den auch mal direkt melden. Ja. Tja, 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 tja. So. Weil das geht echt gar nicht so. Oh mein Gott. Nicht unterm Tisch verstecken. Was, was hat der gesagt? Ist mir egal, ich kümmere mich denn mal drum. Der kann nämlich da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Solche Leute brauchst du auf der Welt nicht, sag ich dir. Ja, und wenn ich noch wegen dem jetzt gerade sterbe, dann, ähm, ja. Kann er mir gerne, wenn er Roblox hat, mir Robux bezahlen. Das sag ich jetzt mal so. So. Zack. Hey. Leidig. So. Oh mein Gott, ich, oh mein Gott, ich bin ein bisschen spinn. Wie bitte? Egal. Um. So. So Ah, ich mach einfach meinen Sorg. Und auch übrigens, ne, ach, egal, so, oh mein Gott, glaub ich, so, äh, gehen jetzt nochmal durch diesen Schrank, äh, ich finde hier die ganze Zeit gerade keinen Schnitzel, ähm, bin ich gerade zu blöd dafür, wahrscheinlich, ähm, ich kann wie so, äh, 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 irgendwann nicht mehr, ja, das stimmt, irgendwann nicht mehr, irgendwann nicht mehr, ähm, du kannst, warte mal, ich, äh, muss erst mal hier, so, tschüssi, voll Idioten brauchen wir nicht, wo bist du jetzt, hast du den Schlüssel, gut, stopp, stopp, welche Tür, stopp, geh mal daneben, 48 oder 49, geh mal daneben kurz, das ist die falsche, 48 dann wahrscheinlich, ja, also es geht lediglich darum, bei dem Typen, äh, der hat, äh, meinen Sohn gehackt, ähm, und den Follower Bots draufgepackt, und genau, deswegen, so, ist das jetzt die richtige Tür? Das ist, warte, äh, ja, aber direkt umkehren und Bett. Ja, gut, ja, ja, ähm, ja, genau deswegen, haben wir den jetzt auch gekickt, weil, ne, ja, so, irgendwann wird der keine Idee mehr haben, und, ja. Äh, hi Torsten, ja, das hab ich auch gemacht, also ich bin ja, äh, sowieso Mod bei ihm, und, ähm, ja, mach ich auch direkt, das war ne Spinne. Jetzt gerade erst. Okay. Ich mach ja auch nur meinen Job, Leute, ne, ich mach ja auch nur meinen Job. Solche Mongos braucht es nicht. Ja, wie gesagt, ich mach nur meinen Job und, ja, das ist so, so, ja, ja, kommt nicht, dann geh ich mal weiter, so. Ja, und dann bist du jetzt in 49 drin. Genau. Ne, 48. Jetzt kommen die 49. Achso, stimmt. Hier, guck. Ja. Und was soll ich jetzt gleich machen? Ähm, das Übliche. Ähm, das Übliche, ja, toll, es wird wahrscheinlich bei dem auch dunkel sein. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich jetzt werde ich sterben. Ja. Aber das ist machbar. Jetzt können wir gucken, was wir vielleicht, äh, noch einhaken oder nicht einhaken. Ja, also, einmal oder nicht einmal. Äh, öh. Okay, hier verbrauchen wir aber auch am Schlüssel. Läuft. Ich hab den Schlüssel. Oh Gott, Abfahrt. Oh, ich hab Angst. Oh mein Gott. Oh, guck, es ist dunkel. Ja, ja. Aber ich weiß, was dein Job ist, ne? Ja, das ist schwer gerade für mich. Also, vor allem Leute, ich weiß echt nicht, was, was, was solchen Leuten da, äh, da durch den Kopf geht, wenn, wenn man so eine Scheiße da macht, wie der das macht. Also, sorry. Ja. Angezeigt ist der übrigens schon mit, äh, IP und so und, äh, ja, ja. Arschkarte. Hier ist, glaub ich, keiner mehr. Oh, das wird schwer. Ja, genau. Genau das wollen die halt nur. Äh, deswegen. Also, es gibt auch drei, vier Leute, die bei meinem kurzen, äh, moderieren und so. Ne? Also, wenn da direkt wer dran ist, dann wäre das werden die jetzt, äh, komplett entfernt. Ja, genau. Und du kannst leider auch, äh, in erster Linie halt nur viel machen, wenn du halt, ähm, das immer sofort machst. Also, naja. Du musst auf dein Gehör vertrauen. Also, das hier musst du alleine machen. Das andere kann ich dir helfen, ne? Zurück. Ui, ganz schnell, aber wirklich schnell. Ja, also, wir hatten noch nie Probleme mit diesen, äh, Fakebots oder sonst was, was, was der da gemacht hat. Also, der hat sich auf dem PC meines Sohnes gehackt. Also, das ist eine Kategorie höher. Und, ähm, dann waren die hinterher drauf. Also, er hatte erst mal 85 und jetzt hat er, ja, sieh mal, 823 oder was. Also, ne? Also, so viele. Also, 750, 740 Bots oder irgendwie sowas. Ja. Ich hätte mich gefreut, wenn das echte wären, aber das sind ja keine echte, das sind nur Bots, dann... Genau, die, also, die, also, die, die echten kommen noch, wenn du es vernünftig weitermachst. Ja. Durch die Briefensiegel. Jetzt, jetzt hab ich aber gerade wieder gequatscht, dass der wieder kommt. Oh mein Gott. Ich hab voll Schiss gerade. Ja? Du hast jetzt alle wahrscheinlich unten, ne? Ich weiß nicht, ob ich alle unten hab. Mit Sicherheit. Ich brauch halt noch, ich brauch noch den Zettel. Ach so. Ja, ab alle. Genau. Perfekt. Okay, das ist schon ne Menge. Der war gar nicht hier in dem Raum. Ja, ich hab's gesehen. Ah, ich bin gleich da. Ja, also, das mit dem Links ist eh draußen. Ähm, das war ne, ne blöde Aktion, also, die er da, da gebracht hat. Also, das ist ein bisschen komplizierter, aber... Wie gesagt, das ist ja... Ähm, teste mal was. Jetzt hat gerade einer geschrieben, teste mal was. Ja. Was denn? Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab ihn gerade, äh, nach oben, nach oben, ne? Ja. Ich hoffe, Jenta bin ich sicher. Aber schnell. Oh, stacheln nicht, äh, das... Ihr Miesen, ey, ich setz da stacheln. Oh nein. Verstehen. Andere Seite. Andere Seite. Bitte? Da bleiben. Puh. Ähm, okay, top. Das waren nur Tests. Ah! Okay. So. 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 Ja, es ist aber wahrscheinlich jetzt zu spät, oder? Was denn? Geh mal dahinter weg. Was machst du da die ganze Zeit? Ja, mich verstecken. Ja, aber du musst ja irgendwann was machen. Der ist ja gerade unten. Der ist oben. Okay. Wenn ich sterbe, dann, äh, ne? Okay, ja, mach du. Guck. Da ist er. Jetzt ist er ob, jetzt ist er oben. Warum ist der jetzt langsam? Nein, der ist die ganze Zeit langsam. Okay. Danke für deinen Follower, Thorsten. So. Aber Thorsten, gut. Gut, dann weiß ich es jetzt auch besser. So. Ich muss mich auch noch an Namen gewöhnen und, und, und. Die Chat-Interaktion musst du dich noch dran gewöhnen. Ja, genau. Ich bin es ja schon immer durch die Formel. Aber was machst du da jetzt? Der ist jetzt gerade nach unten und du wartest da. Jetzt kommt er wieder. Jetzt brauchst du nicht gehen. Der ist halt langsam. Das irritiert mich. Alter, langsam ist er. Also jetzt ist er oben. Jetzt bleib hier. Nee, nicht da hin. Ich hoffe, er kommt. Oh, ich hab ihn gesehen. Jetzt? Ja, wenn er jetzt runter ist, ja. Bin ich dir überhaupt sicher? Da links ist eins. Ja, zurück. Nicht dein, nicht dein. Alles unter Kontroll. Oh Gott. Zusammen wie und. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Ich mag diese ganzen Rivalitäten von Twitch oder sonst was auch nicht. Also ich denke auch immer, wenn da andere YouTuber oder Twitcher, Streamer sind, also die unterstütze ich auch zugegebenst. So und du sagst mir jetzt mal die Ziffern für den Code oder hast du den schon? Wir haben, wir haben alles. Was? Ja, ich weiß, ich weiß. Sag mir mal das erste Symbol. Sag mir das erste Symbol. Ich bin tot. Nein. Wegen die Spinne. Ach, das darf nicht sein. So weit. Ich hab die überhaupt nicht mal gesehen. Das war so gut. Es ist doch egal, wie alt du bist. Spielt ja nichts zur Rolle. So, ja. Ja, gerade eben. Oh mein Gott, ich war so gut. Ja, warst du. Erfluchte Schande. Und dann die blöde Spinne. Lass mich mal eben auf Klo. Oh, ich bin gleich wieder da. Ja, aber komm hier raus. Okay, bleib da. Danke für dein Lörg. Tapp, tapp, tapp. Ja, da war man immer so gut. Und am Ende, ja, ist man doch krepiert. Oh, bin wieder weg am Schlüssel. Sehr schön. Dann können wir los. Gut. Sonst halte ich es nicht durch, noch eine Runde zu spielen. Tja. Na. Das muss, muss. Ja. Genau. So. Zurück, oder? Hier ist es notfalls ein Schrank. Noch weiter? Gucken wir mal hier um. Du musst mir die alles nachmachen. Ey. Nein, wir müssen. 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 Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Einer links, einer rechts. Ja, wo bist du? Ein Glück gehabt, ne? Ja. Das war Schwein. Hier, ne? Hier müssen wir. In die vier. Das war aber Schwein, ne? Ja. Ah, die ja. Ah, das ist so einer. Ich habe den Schlüssel. In die fünf. Warte. Hab ne. Ja, gut. Warte, warte. Aber sofort im Schrank. Höchstens Tür aufmachen. Eben kurz. Ich gehe rechts. Also hier rechts. Oder du gehst da. Ich gehe hier. So. Er kommt nicht. Ja, nach unten, ne? Ja. Ah, du brauchst nicht. Mach keinen Schaden. Hallö, nein. Ah, ja. Stimmt. Mach keinen Schaden. Noch nicht. Aber gleich. Ja. Oh. Ich muss erst mal hier an der Kante gucken. Okay, da ist er durch. Ja. Hier sind Stacheln drin. Wo? Im, im. Im. Scheiße. Ich sehe hier keine. Was ist Scheiße? Äh. Ich war gerade noch unten. Ich, hä? Nee. Ähm, weißt du, wo ich bin? Nein. Nee. Nee, wo bist du? Hier. Ich hab mich. Ich hab mich. Ich hab mich durch die Map geglitscht. Durch diesen Stacheln. Nein, schon wieder. Wie sollen wir denn da durchkommen? Mich backt's in der Erde fest. Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Ich hab mich nicht mehr überlegt. Nein, die Spinne. Oh mein, nein. Ich steck auch an den Stacheln fest. Ah, die ist wieder so viel zu. Also echt. Hilfe. Ähm. Ich, ich. Ich fange hier fest. Ich glaube, ich hab kein Problem. Ah, ich bin wieder frei. Oh, die Stabüder. Aber warte. Was war das denn? Was war das denn gerade überhaupt? Pst. Oha. Okay, kommt nicht. So. Eici. Ey, Eis erinnert mich an Eis zum Essen. Ja. Weil es gibt ja Eis zum Essen, ne? Es gibt Milchshake. In Österreich gibt's wahrscheinlich keinen Schokomilchshake. Ich weiß es nicht. Weil ich war mal, war McDonalds und da gab's keinen Schokomilchshake. Sicher, sicher gibt's auch was. Ich mach schon, ich mach schon, du bleibst unten. Ich mach schon, du bleibst unten. In Österreich hab ich, äh, letztens gesehen, da gab's kein Milchshake. Mhm. Runter, ne? Er kommt. Bin ich da. So, und jetzt. Erwarten. Vielleicht kommt er noch mal. Man weiß es nicht. Ich hab ihn. Gut. War hier irgendwo ein Schrank? Weiß er nicht. Ich hab den Schlüssel. Warte. Warte, ich bin hier gerade über die Spinne. Wo ist hier ein Schrank? Hi. Warte, warte, warte. Hier ist kein Schrank. Das ist Mist. Ja, er kommt jetzt. Ja, okay, dann los, aufmachen. Dann müssen wir gucken, links, rechts. Ich rechts, du links. Ja. Notfalls kann man hier zurücklaufen. Hier kann man sich, hier sind zwei Verstecke. Wir laufen zurück. Elf. Nee. 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 wir haben einen schrank und einen raum zum verstecken bleib du mal hier im raum wo ist der schrank ruhe hier ich bleib hier ja er kommt gute taktik oder ja glaubt dass wir mal immer machen papa ja warte mal ich mache mich und ich schreibe mir mal oder ich fotografiere mal eben die mods ab den neuen weil mir gefällt das mir gefällt das ganz gut ja auch irgendwie schitte auch ganz 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 dünn ja ja ganz furchtbar anders so hier mit zwei schränke jetzt gemacht ja ich weiß aber dieses mini spiel eigentlich ist das mein lieblingsspiel wenn ihr keine keine eis ist ist hier eine schublade ich habe ich okay direkten schrank ich habe hier ein hast du auch rein aber ein schrank natürlich ich habe eine schlüssel übrigens an manchen stellen kannst du sicher sein auch wenn du nicht im schrank gehst ja ich weiß es ist nur hinter irgendein da ist halt immer schwer dann weiß ich schrank kommt der nee bang auf was das war es spaß so hier 16 wir müssen aber jetzt zum schrank Warte! Oh, zu spät. Schaffen wir aber. Nee. Doch. Rein! Perfekt. So, als nächstes in die 17. Ich sehe nichts. 17. Gut, hier unten. Immer da, wo der Schlüssel liegt. Ja. Schrank. Hier sind zwei. Man muss immer bereit sein, ne? Ja. Geh weiter. Schlüssel suchen, ne? Für die 18. Ja, ich gehe hier unten. Da muss sicher ein Schlüssel liegen davor. Ja. Ja. Schrank. Schrank oder Tür mit Bett? Ich bin gerade innen her. Pst! Okay, kommt nicht. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Ich meine, die 19 müssen wir. Hm? Hm. So. Äh, hier ist die 20. Äh, hier ist die 20. Ne, ist auf jeden Fall zu viel, glaube ich. Ich habe ihn. Gut. Wo ist die 19? Hier ist die 20 bei mir. Muss irgendwo bald hier sein. Ja. Ja. Schrank, ja. Schrank oder Bett. Pst. Nein. Holy shit. Genau. Holy shit. Also 19 haben wir jetzt. Ja. Oh, hier sind Stacheln. Ja. Miesen Stacheln. Hier haben wir Schränke genug. Ja. Kurz weist. Warte mal, er sitzt nicht auch so aufrecht. Weiter. Leute, weiter. Oh nein, ich bin tot. Ich hab den nicht mal angeschaut. Mist. Er ist mit Uli, der Profi. Ja. Aber deswegen sag ich, machst du einen Fehler, dann ist es vorbei. Ich hab den nicht mehr reewilden. Drei mal reewilden. Ich hab nur, äh, drei, also ich könnte mich nur dreimal rewilden. Mehr bau nicht. Nee. Aber jetzt kann ich nicht mehr rewilden. Aha. es leuchtet doch schon ja jetzt musst du nur gucken wo es leuchtet du brauchst nicht da rein schauen dann muss es leuchten ich weiß aber es hat vorhin ganz komisch durch die wand geleuchtet deswegen ok ich glaube wenn du mit 12 leuten spielst möchtest musst du robux bezahlen aber mit so vielen leuten rum also hier dorst zu spielen das ist ja unmöglich ja das hat auch mal aber auch gemacht und übrigens war wir können auch hinterher noch einmal ein anderes dorst spiel testen das machen wir dann mal nächstes mal wenn du hier bist okay also wenn ich wieder zu hause bin leute dann werden wir ein anderes dorst spiel also das soll das soll so ähnlich wie dieses dorst sein habe ich gehört und das checken wir dann mal aus so gut mal bitte hier durch ja sieht gut aus mach so ein rasch ein Das kann doch nicht sein, dass Embrush hier durchkommt, oder? Also an dieser Stelle bist du nicht sicher, weil er kann deinen Kopf sehen. Du musst irgendwas Höheres dann haben. Mist. Papa. Ja, weil ich hatte nämlich das Problem, ich hatte kein Gefühl, wann der kommt. Weil der Schrank so weit weg war. Okay. Wir haben jetzt gleich schon 15 Uhr in einer halben Stunde. Einen Versuch haben wir nochmal, den wir ordentlich hinkriegen, vielleicht. Genau. Krise Musik ey, so. Ab in den Schlüssel. So, let's go, letzter Durchgang. Wie gesagt, es ist gleich wieder dunkel. Ey, ich hasse es, wenn es dunkel ist. Kannst du das nicht heil aufstellen? Nee. Ich nehme das Bett hinten. Warte. Machen wir erstmal die Tür auf hier. Wo ist denn der Schlüssel? Einen Ahnung. Hä? Schlüssel! Hab ihn. Der war zwischen dem Bett. Eben, mal aufmachen und dann verstecken kommen. Kommt nicht. Nee. Hat wahrscheinlich Angst. Vor uns, ne? Warte. Weil wir wahrscheinlich gerade so gut waren. Ich. So, ein Schrank. Nur nur ein Schrank hier. Ich lauf weiter, du nimmst den Schrank da hinten. Wo ist der? Hier, der hier. Okay, ja. Ich hab auch einen. Okay, komm zu mir. Dann muss die nächste kommen. Wo bist du? Hier sind auch Schränke. Wo? Er ist am Schränken. Ja. Hier. Hier einer. Und. Und. Und wo noch einer? Hier. Ich geh dann hier hin, ne? Mach mal auf. Er kommt. Ja, ich warte. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Rasch. Was? Junge war das knapp. Papa ab. Papa ab. Ja. Fünf. Alter, war das richtig knapp, ne? Wir sind auch wieder Schränke. Zwei Stück. What? Drei. Warte, 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 warte. Haben wir hier was? Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Weiter. Direkt Schrank suchen. Kommt nicht. Kommt nicht. Kommt nicht. Kommt nicht. Echt lecker. Echt lecker. Die ist schon da lecker. Ja. Friedtarten. Ita. Wie oft trete ich noch in den Staffen? Ey. Kann das von mir wahr sein. Na ja. So, solange wir nicht sterben, dadurch ist ja alles im grünen Bereich. Ja. Also da ist noch alles im grünen Bereich. Das sehe ich auch so. Ich habe den Schlüssel nicht. Schau, den Schlüssel nicht. Ähm. Moment mal. Jetzt leuchtet gerade alles auf. Lass mal auflaufen. Auflaufen. Aufleuchten, Mann, mein Deutsch. Ja. Wo? Wo? Nee, ich habe nichts. Der muss. Hier. Bei mir. Ja. Ah, das habe ich irgendwie nicht aufgemacht. Wahrscheinlich war es zu dunkel. Denk dran, wir da direkt was suchen, ne? Zurück auf. Ich gehe hier direkt rein. Oh, stopp. Glück gehabt. Ja. Jetzt. Nein. Nein. Boah, Junge. Alles, ja. Ja. Ja, das ist auch so. Nee, äh, sorry, wir machen nichts mehr mit, äh, mitspielen. Also wir haben da so ein paar, ja, schlechte Erfahrungen mitgemacht und das, das machen wir so nicht mehr. Warte, warte, warte. Wie meinst du jetzt, machen wir nicht mehr so? Das hab ich jetzt allen nicht so wirklich... Mit dem Mitspielen. Einer hat gefragt, wegen Mitspielen. Okay. Neun. Ja, oh Gott. Oder halt, oder halt, wenn man sich schon längere Zeit kennt, also auf dem Discord-Channel. Dann ist das hinterher okay. Ja, genau. Nur wenn man sich kennt, genau. Ich glaube, so mach ich das jetzt auch, weil... Ich hab schon den Schlüssel. Ich weiß ja auch nicht, wie Leute bei mir drauf kommen sollen. In die 10. In die 10. In die 10. Warte. 10. Welche Tür? Die hier? Ja. Okay, mach auf. Schrank suchen. Ich bin dabei in den Nachbett. Ja. Nee. Anfahrt. 10. Genau. 10. Na ja, es gibt mal so einen Raum. Es gibt ja... Das muss man hier... Ach, warte. Ja. Ey. Diese miesen Stacheln. Aber egal, man kriegt keinen Schaden. So, warte, stopp. Haben wir hier einen Schrank? Einen haben wir hier. Wo ist der? Ach, ja, hier. Und wir haben den Raum. Ja. Warte, ich geh in den Raum. Ja. Du bleibst hier beim Schrank. Warte, warte, warte aber noch. Ja, ja. Das ist eine gute Wahl. Äh... Ja, 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 ja. Fertig? Gott. Ja. Und Eis. Ja. Ruhe. Hier ist eine Uhr, eine Funktionäre in der Uhr. Nee, kommt nicht. Stopp. Oh, mein Gott. Oh. Ah, der ist hier hinter. Ja. Jetzt wird er gleich kommen. Ja. Hast du den Schalter gefunden? Nee, 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 der ist andere Seite. Hier oder? Dahinter. Geh mal. Ja, ich geh schon mal nach oben zu Eis und begrüßt ihn schon mal. Ja. Du bleibst hier unten. Ja. Also immer, wenn du durch die Tür gehst, kann ich ja... Ruhe, 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 Ruhe. Kommt. Ja. Aber wenn du immer durch die Tür gehst, kann ich ja hier mich immer ein bisschen entspannen und dann ab und zu mal immer auf den Chat gucken, ne? Das ist dann gut, indoors. Hm. Kommt er doch nicht. Was ist los mit ihm? Keine Ahnung. Warte. Zwölf. Warum kriege ich manchmal immer von Discord so eine Nachricht, dass irgendeiner schreibt? Weil das immer so ist. Aber... Musst du ausstellen. Du bist das dann nicht, ne? Ja, jetzt gerade nicht. Eigentlich finde ich das gut, aber eigentlich würde ich nur eine Nachricht haben, wenn zum Beispiel du schreibst oder wir anderen schreiben. In den Raum. In den Raum. Äh. Oh Gott. Oh Gott, war ich dumm. Oh Gott, war ich dumm. Warte. Warte kurz. Oh Gott, ich wäre fast gestorben. Oh Gott, war ich dumm. Wir waren beide in demselben Raum. Papa, ne? Das war doch richtig. Ich habe mich da versteckt in deinem Bett, weil er die ganze Zeit geplant. Beim Bett können wir beide uns verstecken bei dem. Hier sind zwei Schränke, ne? Ja. Aber er wird jetzt nicht kommen. Ne. Das ist selten. Ja, ich sehe es nicht. Äh, 15. Schlitzel. Gut. Wir sind auch wieder eins, zwei Schränke. Jetzt wird er vielleicht kommen. Hier bleiben. Dann können wir weiter. Gut. 6, 15 oder 16 haben wir jetzt. Ich glaube 16. Mhm. Aber so langsam habe ich das in, also wenn ich dort spiele... Jetzt nicht so viel reden, okay. 16, wir müssen die Zahl merken. 16, 16. Die 16 ist... Guck gerade, wo die 16 ist. Ich habe die 17. Ich habe den Schlüssel. Der war direkt bei der 17. Nein, nee, ich habe den Schlüssel schon. Also bei der 17 war der. Okay. Aber wir müssen in der 16. Der war nur in den Raum, war der 17 dran. Ich hoffe, dass es jetzt noch die 16 ist. Bei so viel Gelaber kann ich mir die Zahl immer nicht merken. Ja. Ah. Ja. Ah. Wo ist die 16? Hier. Probier. Ja! Ist... Gut, verstecken. Ich weiß nicht, wo. Ja. Kommt nicht. Vor allem hier auch schon auf den neuen Doors, Leute. Das werden wir aber ausspielen, ne? Stimmt's? Ja. Dignitiv. Mal gucken, welcher besser ist. Hat er. Alter, ja. Du bleibst hier. Aber... Ja, ich bleib hier. Mach ich, Boss. Da kommt. Ich bleib hier mit. Nicht. Nicht. Bin ja... Nee. Abfahrt, ne? Ja. eine brille rutscht da muss ich auch noch mal zu filmen leute mit wir haben schränke warte 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 ich gehe hier ich gehe hierhin du gehst davon ja wo soll ich denn ruhe du hast auch im schrank ich ne bett also ich will ja nichts sagen aber hier hattest du ein schrank hier 19 zum glück ja bei dir ja abin hier wieder vor ich bleibe hier unten ja 20 leute ich weiß nicht ob ihr auch so viel sehen könnt in dorst sein wenn ihr aufrecht setzt weil ich kann ja auch so etwas sehen wenn ich so sitzt ungefähr und nicht abfahrt ja abfahrt freie fahrt mit marzipan stopp tür merken 20 ich habe ihn auch mann hast du denn ja das darf doch nicht wahr sein wie ich das darf ich hier bleibe nein hier haben wir zwei schränke sogar drei schränke bleibt da ja da bin ich doch gerade eben reingetreten ja der meiste nach bis ich jeden erwischt habe hab ihn gut warum hast du nicht aktiviert dass man items 22 weil das so ist weil das viele punkte gibt ja macht jetzt machen wir das ganze nochmal andersherum leute ja hier sind zwei schränke wo sind zwei schränke auf der seite hier du bleibst am besten du bleibst am besten mal da hinten direkt ich mal auf ja nach oben ok weiter aber mal irgendwo immer reintritt dann kann man meistens sehr gut auf die Stadt gucken da immer ein Rast kommt ich lebe noch 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 sagt schon da ist okay durchsuchen nach Schlüssel eigentlich brauchst du gar nicht mehr aufmachen brauchst du nur hören ja normal schon da muss auf deine Seite sein der ist auf deine aus ich hab ihn ok so wo bist du jetzt ich kann nicht hochkommen warte ich komme bin da ich geh schon mal links in den Raum und du gehst gleich andere Seite wo ist denn links bei dir da hier in dem Raum hier bin ich ja rein raus habt ihr erlebt nach unten gut ja oh Gott nein auch diese blöden Stacheln das geht mir langsam auf den Keks oh mein Gott also mir nicht so lange nicht sterben kannst gehen sie mir nicht auf den Keks so 27 ja aber ist dann alles entspannt wenn du nicht da sterben kannst ja ja das macht auch mein Stream einfacher um ehrlich zu sein ne ja so du bleibst hier du nimmst irgendein Bett schon mal ja rein jetzt aus so 28 29 auch Junge diese blöden ey naja egal jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir nen Schrank gleich was ja ja wo ist denn ein Schrank 30 ja keine Ahnung hier rein den Schlüssel habe ich auch na super gut warte dann schließt du auf und kommst ganz schnell wieder zurück ich gehe hier vor den Schrank und du kannst unter das Bett gleich ok ja ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott kommt nicht aber jetzt müssen wir gleich aufpassen also 31 ist hier irgendwo nen Schrank ja ich hab ne wo 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 kann man sich hier verstecken ja gut wir gehen gleich einfach in den Raum an welchen komm hier zurück ja ich bin da du musst dich irgendwie hier so bin ich ich geh in den Schrank komm kommt aber nicht wir haben Eis ich hab dir nicht mal angeschaut ich hab dir nicht mal angeschaut ach man ich hab dir nicht mal angeschaut hey das darf doch nicht wahr sein naja naja ey ich wär fast da gewesen ne ja aber Sieg jetzt machen wir das ganze anders herum jetzt bist du bei Sieg ja guck das sieht man nicht ne doch ich nicht wo es blinkt oh Gott jetzt bist du du bist tot ja bist tot das Problem war bei ähm Screech ja so ok das war's ok das war's ja schade wie viel Uhr was meinst du soll ich noch streamen und du kannst was anderes machen ja von mir aus kannst du machen also ich verabschiede mich dann vielen Dank dass ihr zugeschaut habt und ja ja Marc kann auch beim uGaming19 zuschauen im Livestream also bis dennne Leute ihr könnt jetzt auch äh ne Tasse oder ne Cap ähm von mir kaufen und würde mich äh freuen wenn ihr euch melden würdet also ähm vielen Dank natürlich fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal